So, hallo, hier ist Neuer One von PocketPC.ch und wir sind am Stand von Jota, wir haben hier frisch ein Prototypen-Gerät des neuen Jota-Gerätes, welches jetzt im Laufe des Jahres 2014 in Russland und in Europa auf dem Markt kommt in der Hand und das Besondere an diesem Gerät ist natürlich das riesige E-Ink-Display hinten im Gerät selber, welches so gut wie gar keinen Strom verbraucht. Die Specs sind sehr interessant, es sind High-End-Specs, ein Snapdragon 800 Prozessor, Quad-Core, Megahertz-Rak konnte man uns jetzt erstmal nicht sagen, 32 GB interner Speicher, 2 GB RAM, das heißt, das Gerät lohnt sich definitiv. Es ist ein hochauflösendes IPS-Panel verbaut, 5 Zoll Display und sehr, sehr gut. Also, ah, ich habe gerade gehört, es ist kein IPS, es ist ein AMOLED-Display von der Seite. Es ist ein wirklich sehr, sehr schönes Gerät. Hauptkaufgrund wäre zumindest dieses E-Ink-Display, was wir gerade schon angesprochen haben, auf dem könnt ihr nahezu stromlos quasi Nachrichten anzeigen lassen. Der Grundgedanke dahinter ist, das Hauptdisplay nicht sofort anschalten zu müssen. Das heißt, wir legen quasi das Gerät einmal auf den Tisch, so können wir es dann hinlegen und ja, ihr könnt euch die Nachrichten dann direkt anzeigen lassen, ohne dass ihr das Gerät erst in die Hand nehmen müsst, um dann erst Nachrichten zu checken, um vielleicht in die App zu gehen oder sonst irgendetwas, sondern ihr seht auf dem E-Ink-Display sofort, ob ihr das Gerät überhaupt erst in die Hand nehmen müsst oder nicht. Das soll zumindest im richtigen Leben abseits unserer Smartphones dafür sorgen, dass wir uns vielleicht noch ein bisschen mehr mit unserem Gegenüber im Restaurant unterhalten. Das Konzept ist wirklich sehr, sehr gut. Die Spielereien haben wir uns gerade auch schon vorführen lassen. Es ist wie gesagt noch ein Prototypen-Gerät, aber es sollen die meisten Wachstestahlen auch schon behoben sein. Es kommt mit Android 4.4 KitKat auf den Markt, was wir auch sehr begrüßen, weil einige Hersteller das immer noch nicht hinbekommen haben. Und ja, im Folgenden werden wir ein Video anschneiden, das euch eine Vorführung des E-Ink-Displays hinten auf dem Gerät zeigt, wie ihr dort mit euren Twitter- oder Facebook-Nachrichten umgehen könnt. Das war euer One von Pocket-PC-Punkt-CH. Okay, so you can put different images on the backside. For example, I like this cat and I'm putting it and it's here on the backside. And you can change the pictures and it can also connect to your Instagram-Account, Facebook. You can download your own pictures, put your family, some laughter, people etc. But you can also create your own dashboard with a different set of widgets on the backside. And let's say I like this one and it will be here. So you can put weather, clock, some business meeting on the backside. Also, because of full touch, so let's see how you can also with Facebook. You can actually go read the Facebook. Make some simple interactions. And also, you can also make some interesting stuff like, sorry, those two. And you're taking it to this side. This is really, really cool. Also, das, was ihr hier...